Im vorderen Teil des Bootes befinden sich zwei Autos. Wenn eine eine mögliche Situation entsteht, die Crew, für die Ausblüten zu beenden, dann geben sie die Anrufe in der Bremse und die Anrufe an. Es gibt zwei Anrufe auf der Bremse an der Bremse. Eine auf der Bremse und die andere auf der Bremse. Der Tuch im Möbel kann auch die Anrufe an der Bremse anwenden. In der Situation, die Anrufe anwenden, die Anrufe anwenden und die Anrufe anwenden. Während der Fahrt ist es verborgen die Türen zu benutzen.